Es wird Zeit, den Druck auf unsere Feinde auszuüben, den Hafen für mindestens drei Runden mit einer Blockade zu belegen, schadet nicht nur unseren Feinden, sondern füllt unsere Taschen. Äh, wir haben ja hier oben noch gar keine Flotte, ne? Vielleicht sollten wir wirklich mal eine Flotte aufstellen? Ja. Das müssten wir eigentlich mal angehen. Kanonen. Das klingt gut. Oh ja, komm hier. Das wird eine neue Riesenarmee, die die Engländer dann platt macht. Hochzeitsfeierlichkeiten, neue Einheiten, Baubereicht. Ja, es geht jetzt wirklich ziemlich zügig voran. Agent entdeckt. Aber momentan, das freut mich besonders. Haben wir eigentlich alles unter Kontrolle. So muss das sein. Unser Reich wächst relativ schnell. Und es gibt kaum eine Bedrohung. Ah, was bauen wir denn hier? Also das mit der Beliebtheit gefällt mir nicht. Was? 9.900 Gulden. Das ist zu viel. Gehen wir erstmal mit den Steuern runter. Würzhaus. Das kommt doch auch immer gut an. Hier kann man auch ganz viel bauen. Genau, genau, genau. Ihr kommt zurück. Ja, die werden wir angreifen. Hm, geht noch nicht. Ach, hier ist jetzt Sizilien. Äh, hier, komm. Alle raus. Angriff. 2-2-1. Los geht's. Eine kleine Schlacht zwischendurch. Ja, ihr merkt das. Ich will alle Störenfriede jetzt möglichst schnell zum Schweigen bringen. Damit wir hier größere Ziele verfolgen können. Das ist ja unfair. Die dürfen da oben schön auf dem Berg stehen. Während wir uns da nun erstmal hochquälen müssen. Nur Reiter. Na, das kann ja interessant werden. Warten wir aber erstmal ab, bis unsere Einheiten hier oben sind. Sizilien sieht nicht so freundlich aus, als dass sie uns entgegen gehen werden. Naja, okay. Ich hoffe mal, unsere Einheiten kommen rechtzeitig wieder zurück in die Stadt. Nicht, dass wir dann irgendwie eine Runde warten müssen und es ausgerechnet danach einen Aufstand gibt. Das wäre ja richtig bitter. Aber das erfahren wir erst nach dieser Schlacht. So, ihr Lieben. Wir bildern direkt mal Gruppen. Der Hauptmann bleibt weiter hinten. Ihr und ihr alleine. Ja, genau. Ha. Dann greifen wir an. Das erste Team kommt zur Seite. Ihr hier bitte in die Mitte. Sizilien bleibt stehen. Die wollen ihre Energie wohl... Hallo, Sparen? Was macht ihr denn da jetzt? Ihr sollt doch nicht angreifen. Ach, Mann. Seid ihr bekloppt. Naja, jetzt haben wir zumindest Sizilien etwas verwirrt. War vielleicht gar nicht so schlecht. Jetzt hier von der Seite attackieren. Fußvolk. Los geht's. Wir brauchen euch. Sehr schön. Das war doch mal ein traumhafter Sturmangriff. Hier rüber. Weg da. Das erledigt ihr nun. Kommt schon. Jetzt bin ich gespannt. Hä? Das sind doch solche Panzerknacker hier. Oder auch nicht. Doch, 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 doch. Dafür wurdet ihr ausgebildet. Das schafft ihr. Los, Reiter. Nochmal ein Sturmangriff hier. Wagen. Wie ist das da hinten? Ja. Mit rankommen. Auch der Hauptmann könnte hier vielleicht nochmal die Moral etwas steigern. Sehr gut. Da purzeln die feindlichen Einheiten. Kommt, 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 kommt. Die wollen schon abhauen. Hinterher. Ja. Jetzt haben sie keine Chance. Die ziehen sich zurück. Oder? Kommt hier vorne rein. Hauptmann, los. Ja. Sehr gut. Die haben keinen Bock mehr. Oder? Naja, wer noch kämpfen will, der wird halt sterben. Tod. Und er. Ja. Das haben wir gleich gemeistert. Aber wundert mich trotzdem, von wo jetzt die Armee kam? Oder war das die, die sich immer so da hinten bei den Papststarten versteckt hatte? Das könnte sein. Naja, jetzt sind sie endlich mal weg. Los, drängt sie zurück. Kommt schon. Es kann doch nicht so schwer sein. Sehr gut. Der ist tot. Schlacht fortsetzen. Ja. Na, wer schafft es hier noch zu fliehen? Nur noch einer. Den lassen wir auch. Schlacht verlassen. 88 Einheiten haben wir verloren. Die 80. Oh, das war aber schlecht. Na gut. Nicht jeder Kampf kann so erfolgreich geführt werden. Immerhin sind sie jetzt weg. Und wir haben wieder etwas Ruhe. Ach, die Armee kommt sogar rechtzeitig wieder zurück. Das ist doch perfekt. Dann werden wir hier nun... Ja, für die Beliebtheit was bauen. Hier unten eventuell auch. Nee. Da ist der Bau noch nicht abgeschlossen. Hafenviertel errichten. Wir haben doch Kohle. Das muss man auch verprassen. Na ja. Eigentlich ja nicht. Wir investieren unser Geld ja immer wieder ganz ordentlich. Ach du Scheiß. Was ist denn das? Öh. Was ist denn das? Oh oh. England macht ernst. Kacke. Kacke, kacke, kacke. Also da müssen wir jetzt aufpassen. Erstmal die hier töten und dann schauen wir weiter. Ach du heiliger Mist. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Aber wieso will England uns vernichten? Wir sind doch so eine starke Einheit. Das macht doch gar keinen Sinn. Die sollten eher mit uns gemeinsam gegen Frankreich in die Schlacht ziehen. Ah, jetzt habe ich hier... Oh. Na ja, gut. Kämpfen wir im Nebel. Ah nee, das ist schlecht für die Bogenschützen. Wie dämlich. Ah, jetzt bin ich hier ganz verwirrt. Verdammt der Mist. Ja, das ist jetzt richtig kacke. Scheiße, scheiße. Die stehen ja cool da. Das ist ja geil. Finde ich nicht schlecht. Aber gegen unsere Bogenschützen bringt das trotzdem nichts. So, ihr bildet wieder eine Gruppe. Da hinten kommen sie. Sobald ihr schießen könnt, werdet ihr das machen. Na? Die müssen auf jeden Fall töten. Die Bauern könnte man ansonsten umrennen. Kommt. Die sollt ihr abknallen. Oh, 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 oh. Hallo. Erstmal runter hier mit dem Tempo. Und die Reiter. Kommen jetzt bitte von allen Seiten dazu. Die paar Einheiten. Gehen hier vorne auch noch hin. Ja, warum denn nicht? So, aber Gruppe 1. Denkt dran. Ja, oder schießt auf die Reiter. Das ist sogar noch besser. Kommt schon. Sturmangriff. Ja, okay, gut. Die ziehen sich sowieso zurück. Ne, wartet noch, wartet noch. Jetzt. Angreifen. Dazukommen. Dazu kommen. Los. Tötet schnell die Bauern. Kommt schon. Das schafft ihr. Ja. Also, die dürfen unsere Reiter nicht attackieren. Das ist ansonsten Selbstmord. Ne. Die würden da garantiert direkt reinreiten. Genau, sehr gut. Dafür brauchen wir jetzt die Bogenschützen. Vollkommen richtig. Richtig. Schön. Ja. Bald ziehen sie sich zurück. Da bin ich mir sicher. Na, die haben ordentlich zu tun. Was ist denn jetzt los? Wo kommen die denn her? Die habe ich gar nicht gesehen. Okay, unsere Typen interessiert das wohl auch gar nicht. Das finde ich stark. Schießen. Hallo. Macht mal hinne. Genau. Oh, das war ein Treffer. Pass mal auf, alle auf die da feuern. Sehr gut. Der ist schon mal gefallen. Na? Will sich hier jemand zurückziehen? Unsere Reiter sind bereit. Wollen wir hier einen kleinen Blitzangriff wagen? Ja, los, 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 los. Töte noch mal ein paar. Ne. Ne, 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 ne. Haben sie durchschaut. Das bringt nichts. Weg hier. Kommt schon. Knallt mehr Leute ab. Also die Reiter da hinten sind mir nicht ganz geheuer. Aber um die können wir uns erst später kümmern. Jetzt vielleicht mal in den Rücken fallen. Die Hälfte ist gestorben. Ja. Sehr gut. Das war wichtig. Das war wichtig. Das war wichtig. Und das war wichtig. Das war wichtig. Vielen Dank.